So, liebe Freunde des gepflegten Anal- und Vaginalverkehrs, liebe Follower, Fans, Abonnenten auf YouTube, ja hier, das ist die Freundin von unserem Blöds-Guru Andi. Wir wollen mal, ach ne, dein Name ist zu kurz. Wir wollen mal Danke sagen. Danke. Danke für ein sehr erfolgreiches Jahr und ganz, ganz viele Aufträge, egal ob im Privat- oder im B2B-Bereich. Wir konnten uns wirklich nicht beschweren und wir freuen uns natürlich auch nächstes Jahr ab März, euch zu unseren Kursen zu begrüßen. Wir haben den März, April und den Mai schon ausgebucht. Ihr könnt euch aber gerne für die weiteren Monate natürlich noch anmelden, das geht. Einfach eine kurze E-Mail schreiben, Laura, wenn du da vorbei musst, du kannst auch hier um den Herd rumlaufen. Ne, mag sie nicht. Wir sind jetzt hier bei mir zu Hause, beim Apfel-Doktor im Haus. Ein Weihnachtsbrunch. Und machen einen Weihnachtsbrunch. Natürlich kocht da das obligatorische Bier nicht zu fehlen. Der Andi, der kocht hier frischen Glühwein. Und ich dünse schon mal das Gemüse an für die Soße. So, also, danke Leute. Frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht sehen wir uns zwischendrin nochmal. Ciao, wir sind raus. Boop! Boop!